Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Stardew Valley mit der lieben Sira Komori. Hallo. Und ihren verkauften Erz. Yeah. Es waren fünf, ne zwei Erze. Ne, ich glaub fünf waren es gewesen. Zwei, okay. Zwei. 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 Schwei. Hallo, ein Schwein. Ich wusste, dass das kommt. Oh, es regnet, guck mal. Nein. Gebeten, willst du mich verarschen? Da kommt nicht mal von Louis so ein Hallo, schön, dass du das wieder zusammengebaut hast. Die röstet die Haselüse. Die röstet. Ernsthaft? Was? Da kommt kein Hallo, schön, dass du das zusammengebaut hast oder so von den anderen. Ich glaub, wir müssen da irgendwie hinlaufen oder so, dann kommt was. So, einmal alle durchgestreichelt. Ja. Was? Das Gewächshaus ist endlich erntbar. Dann ernte man ein Gewächshaus, viel Spaß. Ähm, da fliegt ein Pilz auf dem Feld. Ein Pilz. Ja, ja, ein Pilz auf dem Feld. Ein ziemlich, ziemlich großer Pilz. Auf dem Feld. Und er ist so niedlich. Komm mal zu mich. Gleich. Ich möchte wenigstens noch mal ein Zeug hier sammeln. Wo? Ja, die Geräusche, diese Regengeräusche hier. Achso, oben beim Pilzlocheingang. Oh. Oh, Mann. Okay. Okay. Ja, der hat, wenn man die Pilzhöhle gemacht hat, hat man eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ein Baum zu einem Pilz heranwächst, statt zu einem Baum. Okay. Klingt logisch. Ah, Obst heranwächst. Und jetzt komm mal mit in mein Gewächshaus. Jetzt musst du warten, bis ich mich um meine Milch gekümmert habe. Deine Milch. Die Milch. Flup, flup. Okay. Ja. Ich darf's ja nicht verkaufen, ne? Nee, ernten darfst du, aber verkaufen nicht. Die erste große, riesige Ernte. Die nicht, weil es verkauft wird, sondern erst mal... Zusammen. Ich umarme dich auf dem Feld. Unsere erste große Superernte. Jetzt verkauf ich alles. Nein. Ich tu das mal hier in die Kiste rein, dann kannst du damit machen, was du willst. Okay. Okay. So. Ich geh jetzt mal gucken. Ich will wissen, ob da irgendwas gesagt wird. Okay, aber warte doch mal. Ich will auch... Wenn, dann will ich dann auch mit. Und nicht du alleine nur. Ah, nee, Quatsch. Kann ich ja gar nicht als Frucht. Da muss ich ja erst Wein von machen. Ich bin voll schlau. Oh. Oh. Zack, aber immer bleibt alles auf hier. Soll ich auch die Mayonnaise mal eindingsen oder... Geht nicht. Ist nur Käse und Wein. Ach so. Kein Trüffelöl. Nein. Okay. Och. Ja, wirklich. das war das eben flug keine ahnung ein paar äppel aufheben du hast 1 vergessen du hast ein jahr ja ich hab die nur die wo kein stern hatten habe ich verarbeitet was so aua mein rücken so jetzt können Hier ist niemand. Okay. Dann kommt das bestimmt noch. Vielleicht müssen wir auch mit Loose reden. Nee. Das wird getriggert einfach so. Hm. Ist eigentlich da hinten aufgegangen? Nee. Wo ist irgendwas aufgegangen? Ja, wo die Viecher waren. Ach so, das ist oben im Berg neben der Mine. Da ist so ein Felsbrocken entfernt worden. Und jetzt wuschelt hier Erz durch die Flüsse. Musst du auch einmal hochlaufen und dann wird das getriggert. Ja, ich bin hochgelaufen. Und dann kriegst du gezeigt, wie das geht. Ah ja, Kaya. Es ist merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, was dieser Fels zum Verschwinden gebracht hat. Der Fluss kommt aus dem Tiefen des Berges. Hey, siehst du das Glitzern im Wasser? Ja, das ist wirklich gutes Erz. Wieso Strömung muss es aus dem Berg abgetragen haben? Du weißt, was das heißt, oder? Wir können mit der Erzfäsche beginnen. Hier, ich habe noch eine Erzpfanne in meinen Rucksack. Nimm sie ruhig. Kupferpfanne. Solltest du je Erz im Wasser glitzern sehen, kannst du diese Pfanne benutzen und hoffentlich fündig werden. Du erhältst Kupferpfanne. Die haue ich eher auf den Herd. Jetzt sehe ich nichts mehr glitzern. Das ist doof. Ja, da macht es dann so Kling. So, als würde gerade was ins Wasser fallen und dann ist irgendwo so ein Erddingen, wo du aufheben kannst. Betonung auf irgendwo. Ja, irgendwo. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der ist ja hier aus. Wie Wutz. Na. Tschüssi. Oh, ein Fläumchen. Ein Teleporttotem. Totem. Totem. Ich habe ein Nüsschen und ein Fläumchen gefunden. Ein Nüsschen und ein Fläumchen. Ja. Hier ist was Zeug zu verkaufen drin, hier in der Kiste, ne? Mhm. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Knack. Knirsch, knack, krach. Morgen wird das wolkig mit Windbönen den ganzen Tag hindurch. Ja und? Wir hätten uns echt das Totem sparen können. Wieso? Es wird windig und wolkig. Es regnet ja nicht. Aber ja, wir hätten uns das Totem sparen können, weil es direkt danach ohne Totem auch wieder geregnet hat. Ja. Kann man ja aber nicht wissen, ne? Ne, aber unser Kind müsste bald kommen. Ja, in 14 Tagen hieß es da, ja. Dauert noch ein wenig. 2-3 Tage hieß es da, oder? Ne, 14 Tage hieß es. Ach, mein Ohr. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das in dieser Aufnahme noch kriegen. Hm. Das Trüffelöl hat auch noch mit reingehauen. Ja. Ja und da fehlen, da haben jetzt irgendwie noch 60 normale Früchte oder so gefehlt. Okay. Okay. Ja, 176.000. Was sagt Wetter? Morgen wird das klar und sonnig sein. Du arme Schwein. Ich hab das Hinterzimmer des Ladens aufgeschlossen. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Jetzt beginnt der neue Content. Yay. So, morgen muss ich auch wieder Spurhinkler kaufen. Hast du noch da? Ja, ja, ich bin nur grad an Suchen. Was hätt ich drauf antworten sollen? Okay. Besser? Ja, das machst du eigentlich sonst auch immer. Ne, ich wollte ich mal nicht drauf antworten. Das würd ich mal merken. Weißt du, wie das Hinterzimmer des Ladens aufgeschlossen? Ja. Ich zeig dir einen richtigen Hasen. Ja, ja. So ungefähr. Ich zeig dir einen richtigen Hasen. Herr Lehrer, irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Ja, das ist kein richtiger Hase. Oh, eine rostige Sporre. Hund. Katze. Maus. Krach. Ich habe Bomben in einer Kiste gefunden. Oh, ich habe, glaube ich, auch das Erzding-Bumm gehört. Ich nicht. Ich habe nur einen Bamm gehört. Wo ist meine Pfanne? Einmal das Scheiß-Ding suchen. Habe ich euch jetzt alle gestreichelt, ihr Kacki-Viecher? Krums, krums. Ja, natürlich nicht. Danke, Schweinchen. Schon wieder. Was, schon wieder? Noch einen Tüffel. Ja, du musst bedenken, da war den ganzen Wind da drin. Da muss ich jetzt erst mal austoben. Ich merke es. Na, Hund, macht Spaß, wogegenzulaufen. Was war das eben? Das war was? Ach, was in die, in die, in irgendwelche Tonnen geschmissen. Ja, ich habe halt den... Was freut sich der Hund hier? Klatsch, 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 klatsch. Nein. Einmal alles abgesucht, nichts gefunden. Dazu sei gesagt, dass auch nicht... Dass das Ding auch nicht immer bleibt. Deswegen mache ich mir im Grunde eigentlich gar nicht die Mühe, die Pfanne ständig mit mir rumzutragen. Kann ich verstehen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man das findet, gerade wenn man irgendwie am Fluss oder in den Bergen oder so entlangläuft, ist verschwindend gering. Hier ist wieder ein falscher Baum an der Stelle. Daher... Daher habe ich den eigentlich nie mit bei. Na, musst du es doch. Hier ist ein Ahornbaum bei den Eichen... Eicheln gewesen mit einmal. Genau, da war der. Da. Hast du einen? Nein, ich habe keine Eichel mehr. Eine Eichel. Nur meine eigene und die kann ich nicht abmachen. Warte mal, du kannst doch da... Ach, nee, da ist keine. Ich habe nur meine eigene und die kann ich nicht abmachen. Ja, ich weiß nicht, ob daraus ein Baum wächst. Was ist denn mit einem Pallusbaum dann? Ja. Ein Sperma-Baum. Da kannst du da wirklich deine Saatenbank eröffnen. Ja. Wollte ich ja schon immer. Bring doch mal eine Tanne mit. Zu spät. Ich bin ja schon hier unten. Ich habe keinen Zapfen bekommen. Wir müssen noch runter an den Strand. Du hast gesagt, ich soll die wieder pflanzen, wenn ich was kaputt mache. Jetzt muss ich das auch machen. Damit du es nicht vergisst? Ja. Das auch. Hast du das gehört, das Glucke? Das höre ich öfters hier. Das hörst du erst, seitdem das Erzding ist. Nee, das höre ich hier immer. Ja gut, dann ist das von denen hier. Ja. Weil die Glucke... Was anderes höre ich nicht. Ja, die Glucke waren aber die Glucke waren anders. Das andere war ein höheres Glucke. Nicht drauf geachtet. Ah, jetzt. Juhu. Yay. Guck, jetzt hast du es auch gehört. Ja. Heute. Ja. Ahem. Ich bin mir nicht sicher, wie du es getan hast, aber das Gemeinschaftszentrum hat noch nie besser ausgesehen. Du hast Pelikan einen großen Dienst erwiesen. Jeder in der Stadt ist froh. Als Zeichen der Dankbarkeit würde ich dich gerne mit der größten Ehre der Stadt auszeichnen. Dem Sternentau-Heldenpreis. Du hast ihn dir verdient. So ein Gigapokal. Wer ist da? Meine Verkäufe sind stark zurückgegangen. Wo sind all meine Kunden? All meine Kunden hier? Das ist nicht gut. Wie fühlt sich das an? Erledigen wir das doch auf die altmodische Art oder lasst uns vernünftig sein. Was meinst du? Die altmodische Art ist lustiger. Das bedeutet gar nichts. Ich gebe einfach 75% Rabatt im Schlussverkauf und meine Kunden werden wieder angekrochen kommen, um mich um Vergebung zu bitten. Du wirst schon sehen. Nein, nicht dieses Mal, Morris. Es ist an der Zeit, das ein für alle Mal zu beenden. Ne? Und was schlägst du vor? Und wie schlägst du vor, das zu machen? Ernsthaft. Wenn du zu viel Angst hast zu kämpfen, dann bring eben einen deiner Mitarbeiter mit. Oder sind alle Joja-Angestellten solche Feiglinge? Beleidige mich so viel, wie du willst. Aber wage es ja nicht, den guten Namen von Joja in den Dreck zu ziehen. Yeah. Nicht schlecht. Du bist sogar noch matschiger als deine Obst- und Gemüseabteilung. Und deine Schläge sind genauso wie Joja. Quantität über Qualität. Schnappt ihn euch! Ja, und hätte man das andere genommen, hätten die den, glaube ich, einfach nur irgendwie rausgejagt oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Von Maurice und seinen Joja-Mark-Fuzzis war es nie wieder gehört. Oh Mann. Ich glaube, jetzt brauchen wir auch nicht mehr runterzugehen, ha? Nee, das machen wir morgen. Dede, 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 dede. Das juckt mir die Nase gerade so hart. Dann juck. Vor allem dir juckt das immer so hart, weißt du? Ja, mega hart. Und wie man jetzt sieht, hier, komm los. Geschlossen. Ah! Es ist geschlossen und Shane kommt gerade aus der Tür. Der ist jetzt gefeuert worden, gerade eben. Ja, bei mir sieht man nichts, weil ich bin nicht da. Wo bist du denn? Ich war nur unten an der Bushallestelle und bin jetzt wieder zur Farm gelaufen. Ah, okay. Den schweren Betonklotz plus Pokalobendruck erstmal heimschleppen. Ich glaube, Shane ist jetzt irgendwie der Trauerigste von allen. Ja, der hat seinen Job verloren. Ja. Aber ich denke mal, ihr kriegt auch einen neuen. Mein Gott. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Huiuiuiuiui. Null, null, null. Null, null, null. Hoferbein hat nichts gemacht, da nichts gemacht. Wir sind faule Socken. Genau. Es ist Freutag. 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 Oh, Pusch. Piers Gemischtwarenladen hat jetzt sieben Tage die Woche geöffnet. Yay, kein Ruhetag mehr. Dame. Wuhuuu. Was ich raten? Dafür kommt jetzt Shane für ihn bei Ihnen an? Ähm. Nicht, dass ich wusste. Ja. Ja. Guckt halt einfach den ganzen Teil zu Hause rum. Und sollte sich die Hucke dicht. Ja. Ja. Glaubst du, vielleicht der hat nach der Arbeit irgendwas anderes getan vorher? Der ist da auch immer direkt in die Kneipe gegangen. Hat er keine Familie gehabt? Doch. Er wurde bei Marni und... Natürlich hat er Familie. Ja, aber Marni ist ja mit dem... Ja, die ist, das ist die Mutter. Achso. Wollte schon sagen. Die ist ja eh beschäftigt mit dem anderen. Ja. Die hat den ganzen Tag entweder mit dem Küh zu... Oder er versteckt sich nachts mit Luis in irgendeinem Gebüsch. Ein neues Küken ist gestürzt, das heißt Träte. Und dann kommt noch ein zweites mit mich. Nee, ist eigentlich nicht Träte. Träte. Nee, ist Tröte. Tröte. So, Tröte, du bist auf die Welt gekommen. Du stinkst. Oh. Jetzt mal wieder... Ja, lalulala. Hallo. Es gibt bei euch wieder... Ich hab keine Ahnung. Sag mal, Großbrand oder wat? Ich weiß es nicht. Das Laute, das Laute, die lauten Sirenen kamen jetzt übrigens auch nicht durch mein Fenster, sondern durch die Vordertür hat man die gehört. Okay. Die sind vorne an der Hauptstraße vorbeigefahren. Ich hör die hier nur bei mir, sag ich mal nebenan, durchs Fenster in Anführungsstrichen, wenn sie auch hier auf der Seite von oben runterfahren. Wenn sie vorne an der Hauptstraße vorbeifahren, dann höre ich die tatsächlich lauter von der Haustür her. Was eigentlich ja auch logisch ist. Ja. Spurring, Klee. Juhu, jetzt muss ich draußen nie wieder gießen. Nie wieder. Ja, und da unten liegt ein Trüffel und noch eins. Ein Trüffli. Ein Trüffli. Ich muss jetzt aufstoßen. Ich entschuldige mich dafür. Zu viel Luft in dem Bauen, oder? So lange du hier nicht laut rumrülpst. Nee, ich versuch's zu unterdrücken. So lange du nicht laut rumrülpst, ist alles gut. Boah. Richterlich ist es nur dann, wenn man es einfach so bläh, weil es so ohne Rücksicht auf Verluste oder so. Das kann ich nicht ab. Ja, das kann schon mal passieren, dass er mir auch so rauskommt, aber das versuch ich Ja, das bist du ja nicht gewollt. Nö. Wenn ich da an so manch anderen denke. Nee. Hm, was? Nee. Nee, ich will sowas nicht. So, ja. Ich auch nicht. Also ich mach das nie mit Absicht. Hat auch niemand behauptet. Doch. Boah. So, Axel Strand, 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 Strand. Ja, warte, ich komm mal, ich komm mal hin. Strand! Ja, warte, ich komm mal, ich komm mal hin. Strand! Ja, warte, ich komm mal, ich komm mal hin. Das hab ich's gehört. Ach, Mann. Ein blondes Stück. Aus dem Weg. Ich hab's eilig. Ich muss zum Steg. Ja. Das bret mich durch. Oh, eine Muppe. Eine Mauschel. Eine Mauschel. Das klingt jetzt hier mehr, ne? Mhm. Ei, ein trauriger Anblick, die war. Sie war das Boot meines Vaters. Hat ihm über 50 Jahre lang gut gedient. Aber jetzt kann sie sich kaum mehr übervasalen. Ich würde sie ja selbst reparieren, aber ich hab nicht die richtigen Materialien. Ein 200 Stück Hartholz zum Flicken des Rumpfes wär'n guter Anfang. Aber wir müssen auch den Fahrkartenautomat wieder in Gang bringen und den Iridium einfach reparieren. Wenn ich die richtigen Materialien in die Hände bekäme und das alte Mädchen reparieren könnte, nun, dann könnte ich sie auf die Ferninseln bringen. Vulkanische Insel voller seltsamer Papageien, sagt man. Ich will helfen. Ich würde gern helfen, ja. Ei, das dachte ich mir. Ich lass die Tür für dich unverschlossen. Du kannst die Materialien vorbeibringen, wann immer du willst. Das heißt, wir können jetzt jederzeit da rein und das machen, oder was? Genau. Hier haben wir zum Beispiel dieses Gerät... Warte, 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 da, jetzt bin ich wieder da. Dieses Gerät könnte mit fünf Batterien repariert werden. Haben wir? Dieser Rumpf könnte mit 200 Hartholzstücken reparieren werden. Ich geh gleich Holzhacken. Das wird ein bisschen schwieriger. Mit fünf Iridium-Barren reparieren. Ja, dann müssen wir halt wieder in die Biene oben. Ja. Ich glaub, wir haben noch Iridium-Barren, aber ich weiß nicht, wie viele. Ja, aber keine, aber mit Sicherheit keine fünf. Sicher? Ja. Hundertprozentig. Wenn wir fünf Iridium-Barren hätten, hätte ich schon lange ein Werkzeug aufgerüstet. So, was haben wir denn hier? Jeder, der bis zum Ende der Saison 100 Amaranth an uns liefert, erhält eine prächtige Belohnung aus dem Landwirtschaftsfonds. Ich mache eine kleine Werbeaktion, nur so zum Spaß. Wenn jemand in einer Woche tausend Stück Holz sammeln kann, wird er eine Belohnung erhalten und du kannst die Beute sogar behalten. Ja, da haben wir nur noch drei Tage für. Das ist ein bisschen schwierig. Da würde ich sagen, machen wir... Naja, gut, wir können den Amaranth machen. Müssen wir halt woanders da anbauen als an dem unteren Ding. Aber das geil. Komm mal rannt mit Amaranth. Entschuldigung. Waffe ich dich. Entschuldigung. So, dann kaufe ich schon mal ein. Amaranth. Ich gehe Holz hacken. Okay. Ich brauche immerhin jetzt viel, viel Hartholz. Jo. Und geht aber aus. Weg. Alter, die flippt gleich aus. Die rüber von dem Weg, ey. Das blöde Viech. Ach, by the way, ich glaube, wir brauchen sogar 200 Amaranth. Nur 100 für dich zum Ab... Nee, Quatsch, das geht ja für uns beide. Geh mal hoch. Ja, ich muss erst mal da hinkommen. Ich muss ja erst mal nach Hause kommen. Ein Zug. Ein Zug. in der nächsten Folge. Schön, dass der Zug hier im Geräusch vorbeifährt, aber kein Zug da ist. Weil gerade so eine Sequenz läuft. Oh, Agonis. Ich habe auf dich gewartet. Habe ich dir jemals erzählt, dass ich mal verheiratet war? Äh, der Zauberer übrigens, ne? Komisch. Ich weiß, für einen Mann wie mich. Aber es ist die Wahrheit. Der Zug antert. Meine Ehefrau und ich waren für viele Jahre zusammen, bis ich einen Fehler gemacht habe und sie mich verließ. Ihre Wut und Missgunst waren so stark, dass sie grün anlief und begann durch die Landschaft zu fliegen und alles und jeden zu verfluchen. Als ich davon erfuhr, versiegelte ich die Passage zu ihrem Zuhause, weil ich befürchtete, dass unschuldige Stadtbewohner ihrer schwarzen Magie verfallen könnten. Aber jetzt muss der Durchgang geöffnet werden. Als wir uns trennten, stahl sie meine magische Tinte. Ich muss diese magische Tinte zurückhaben. Ich würde es selbst erledigen, aber ich kann sie nicht wiedersehen. Darum benötige ich deine Hilfe. Um die Passage wieder zu öffnen, benötigst du einen dunklen Talisman. Sprich mit Krobus in der Kanalisation. Er sollte wissen, wo du einen finden kannst. Ich zähle auf dich. Solltest du es schaffen, meine magische Tinte zurückzuholen, werde ich dich reich belohnen. Und da war der Weg. Jo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Moment. Und da fliegt die Frau von oben vorbei. So, hierzu können wir uns in der nächsten Folge sehen. Okay, dann tschüss. Tschüss. Tschüss.